Hallo, mein Name ist Thomas, Anwendungstechniker bei der Firma SITA. Wir haben hier unsere Neuheit, den SITA Standard abgewinkelt Dämmkörper in einer Stärke von 180 mm, also benötige ich 180 mm im Tiefpunkt, um ihn einzubauen. Dieses Element ist dreiteilig, erkläre ich gleich, wie man das einbaut. Ich könnte also den Dämmkörper vor die Attica setzen, den ich hier jetzt schon vorbereitet habe, mit einem Rohr im Verzug und inklusive der Sicherungsstelle, weil wir innerhalb der Dämmung sind, den SITA Standard abgewinkelt einbauen in DN100. Ich setze ihn ein und schiebe ihn durch die Dampfsperrplatte und kann den dann so einfach positionieren, dass er in dem Dämmblock eingebettet ist. Ich setze das zweite Element als Kopfstück davor und das dritte Element würde ich dann hierhin setzen. Das Ganze kann ich natürlich für die Hauptentwässerung nutzen, mit einem Kiesfang, oder ich nehme das Anstau-Element, wo ich die Notentwässerung damit realisieren kann. In beiden Fällen erreichen wir mit diesem Element sehr hohe Ablaufleistungen. Ja, bei Fragen einfach mal bei uns in der Technik Basitanie. Musik